Hallo zusammen, Hi Zocke hier. In diesem Video zeige ich euch die Quest aus der Seuchen anzunehmen bei Mark Griffin Sindan, in Maldraxxus, an dieser Position, also hier oben in der Necropole. Vor Quest war Anhörung der Verbündeten. Nehmt die Quest gleich mal an, und bei dieser Quest tut man sich am leichtesten, wenn man in Shadowlands Fliegen freigeschaltet hat. Ich zeige euch, wo man hin muss, und ich werde fliegend auch den Weg ohne Flugmauern zeigen, also ich werde ihn quasi überfliegen. Hier hättet ihr auch, glaube ich, hinausfliegen können, ihr könnt euch aber auch mit diesem Port hinunterporten. Und man muss zu dieser Position. Mit diesem Port könnt ihr euch direkt wieder hochporten, vollkommen egal. Und, ja, wie gesagt, ich zeige euch am Boden entlang, fliegend, wie man laufen muss, falls man kein Fliegen hat, obwohl ich es kaum glaube, dass, äh, welche von euch, äh, kein Fliegen hat. So, hier müsst ihr einfach durchlaufen. Ich werde drüber fliegen, weil sonst werde ich abgemountet. Und dann kommt ihr hier hinaus. Dann hier entlang. Bei der ersten Abbiegung nach links. So, ich werde mich nämlich jetzt zu diesem Flugpunkt begeben. Und von dort werde ich hier hinfliegen. Und dann zeige ich euch, wie es weitergeht. Solltet ihr ungeduldig sein und direkt schauen wollen, wo man die Quest abgibt, müsst ihr ein bisschen vorspulen. So, hierhin steuern, wach. Also, der Flug dauert jetzt ein bisschen. Und ich kann euch sagen, der Weg zum Abgabe-NPC ohne Fliegen ist nicht ohne. Also, ich kann es jedem empfehlen, Fliegen in Shadowlands beizuschalten. Ups, mit dem Glas Wasser an den Tisch gekommen. Ich hoffe, man hat es nicht gehört. Also, jetzt könnt ihr euer Bodenmauern benutzen und einfach hier entlang weitern. Der Weg so ist wesentlich länger. Aber es funktioniert im Zweifel, wenn man kein Fliegen hat. Geht hoch. Geht entlang. Hier kann man nach unten springen. Ähm. Dann hier, genau. Ich habe nämlich den Weg einmal versucht. Hier könnt ihr nach oben. Dann müsst ihr hier nach unten springen. Also, könnt hier nach unten laufen oder euch fallen lassen. Und hier auf dieser Seite. Weiter. Und jetzt geht es hier entlang. Und jetzt geht es hier entlang. Äh, diese Seuchenflüssigkeit hier tötet euch nicht instant. Also, wenn ihr ein normales Mount nehmt, dann verliert ihr kaum Schaden. Einfach schnell drüber und es funktioniert. Dann geht es hier links weiter. Ich bin am Anfang nur geflogen, weil es wesentlich schneller geht. Und ich wollte nicht das Video unnötig lange hinaus zögern. So, die Mobsiv tötet euch nicht, weil die wird man für eine Folgequests benötigen. Das heißt, ich mache jetzt Schatten-Mimik. Und hier ist der Seuchen-Erfinder-Mavilet. Quest ist abzugeben bei Seuchen-Erfinder-Mavilet in Maldraxus an dieser Position. Wie am Anfang erwähnt, hättet ihr auch von Anfang an von hier nach hier hin fliegen können. Ich wollte aber den Weg am Boden entlang zeigen. Ich hoffe, mein Video konnte euch irgendwie helfen. Falls ja, könnt ihr gerne auch mir helfen, indem ihr das Video positiv bewertet und oder meinen Kanal abonniert. Dafür blende ich euch auch hier in der Mitte so einen Abonniert-Knopf ein. Außerdem findet ihr in den Kommentaren den Link zu meinem Twitch-Kanal. Wär total cool, wenn ihr auch da mal vorbeischaut. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und viel Erfolg. Ciao.